Elektro Friedli und Pfeutti ist ein modernes Unternehmen mit Sitz in Bern. Die Linder Firmengruppe beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter in vier lokal verwurzelten Betrieben. Kompetente Beratung und Planung stehen am Anfang eines jeden Projektes. Ob aufwendige Installationen für Industrieunternehmen oder Kleininstallationen für Privathaushalte, alle Arbeiten werden kostensparend geplant und effizient umgesetzt. Unsere Fachleute erledigen alle Aufträge schnell und pünktlich, arbeiten sauber und fachgerecht. In Notfällen steht Ihnen unser 24-Stunden-Service zur Verfügung. Wir realisieren alle Elektroinstallationen unter Einhaltung der gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. In den Bereichen Computervernetzung und Telekommunikation realisieren wir optimale Lösungen für Ihre Anlagen. Strom ist still, unsichtbar und riecht nicht. Unsere Fachleute sorgen dafür, dass sich der Strom so verhält, wie Sie es von ihm erwarten. Wir sorgen für hundertprozentige Sicherheit, von der Planung bis zur Unterhaltung Ihrer Anlagen. Für Reparaturen und Installationen bedient Sie unser Kundendienst rasch und preiswert. Zuverlässiger und kompetenter Service wird bei uns großgeschrieben. Testen Sie uns. Wir haben den Strom im Griff.